bis jetzt eine ordentliche saison und vielleicht ist ja sogar noch mehr und damit ist der ball weg vorteil ist angezeigt gut von unverteilt abgefangen gut gemacht gut gespielt bei geht nach außen und da gibt er vorteil gute entscheidung spielfluss nicht unterbrochen und nun ein schuss er pariert aber der ball bleibt im spiel und da gibt es doch ganz wichtig ist dort die führung sie sind jetzt also in führung 1 0 super dazwischen das ist doch tiefer stehen jungs viel tiefer stehen viel tiefer stehen mal sehen wie sich das weiterentwickelt der abschluss hier natürlich kein problem aus der distanz so sehr wenig und damit alles am anfang es steht 1 zu 1 befuhr jetzt ja jetzt nichts zu halten bei diesem schuss platziert in den winkel er fällt den ball ins eigene tor ab aber wohl das kann passieren das wurde jetzt abschütteln und sich weiter konzentrieren 2 1 hier ist noch alles drin kompress press messi gibt es jetzt die gelegenheit superaktion gut geklärt piqué ooooh stark ich glaube für diese aktion sieht er gelb er muss jetzt aufpassen und sollte versuchen zwei kämpfen eher aus dem weg zu gehen ja wenn er hier vom platz fliegt dann wäre das ein großes problem für die offensive denn er ist für die tore zuständig ein ein messi sehr gut aufgepasst was jetzt wird es gefährlich er schießt toll von torwart gut gehalten such den doppelpass oder dann bist du alleine vor dem tor früh wird er jetzt gestört das könnte sein fällt das tor doch noch ohne große mühe gehalten ja da müssen wir mehr draus machen das war eine richtig gute chance fast der ausgleich gerade aber der torwart sagt nein nicht mit mir oh schön sie kommen über den flügel junge sie müssen aufpassen jetzt im spielaufbau der ball ist immer aus das gibt ein wurf da kommt der pass auf außen da verlieren sie den ball da wäre mehr drin gewählt den spielt er in den lauf er geht dem ball entgegen und kann den abwehren gut gemacht das könnte jetzt gefährlich werden und die situation geklärt jetzt ein weiterer einwurf dann wird es bremslich ja gut den ball hier im mittelfeld eroberst ich ja stark es gibt hier einwurf Nein! Gut gemacht, er hat den Ball erobert! So, Konterschance, vielleicht jetzt! Klasse gemacht! Toller Akzeptor! Torwart, Weltklasse! Über die Torauslinie, Ecke! Ja, das ist ja so, er ist ja noch nie! So, Ecke kommt! Die Ball geht auf Nummer sicher! Faustet diese Ecke erstmal weg! Fängt diesen Ball ab! Stock! Freistoßentscheidung, korrekt! Er lässt die Karte nochmal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg! Und jetzt muss er sich zurückhalten! Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden! Gut verteidigt! Der Ball ist über der Linie, Einwurf! So! Geht gut dazwischen, weg ist der Ball! Klasse pass! Klasse pass! Aufhausen ist jetzt Platz! Nurikram! Oğlum, jaa! Ina! Messi! Und die Flanke! Faire einsatz hier! Die Nachspielzeit! Zwei Minuten! Viel Zeit ist das nicht mehr! Der Fuhr! Piqué! Ball kommt rein! Problemlos hat er hier den Ball! Knappe Führung zur Pause! Es steht zwei zu eins! Und damit ist für die zweite Hälfte im Grunde! Jetzt geht's weiter! Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte! Piqué! Gutes Zuspiel! Technisch anspruchsvoll gemacht! Da gibt es doch noch nicht! Oh, schade! Der Angriff ist erst mal vorbei! Sie verlieren den Ball! Marine! Da passt er auf! Ball geklärt! Piqué! Hinten stehen sie kompakt! Aber kommen sie jetzt vielleicht durch! Boah! Da kommt der Schuss! Jetzt ist die Gefahr vorbei! Der Torhüter hat den Ball! So! Und da ist der Ball wieder weg! Sehr gute Passbote! Auch der Ball kommt an! Boah! Weiter, weiter vorwärts! An meiner Queen! Da gibt er Freistoß! Ja! Guter Pass! Stark! Geht er rein! Und den Schuss blockt der Abwehrspieler! Oh! Ich glaub's nicht! Den Ball kann erklären! Yang! Nein! Wohin gehst du? Er pfeift sie zurück! Es geht abseits! Nein! Er pfeift sie zurück! Nein! Wohin gehst du? Boateng! Inak! Vertongen! Sie wollen den Gegner laufen lassen! Guter Seitenwechsel! Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie! So! Komm! Komm! Und direkt zurück gespielt! Er schießt! Und jetzt die Chance! Noch ist die Chance da! Entgegen gekommen! Ich bin... Oh! Nächstes Mal! Alles gut! Jetzt der Ball! Ja Mann! Ja Mann! Ja Mann! Oh! Bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben! Hat leider gefehlt! Oh! 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 Boah! Links frei! Oh! Oh! Und da erklärt er ganz fantastisch! Was? Ich lasse das für f***te Ball an der Arm! Beruhigen! 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 einwurf jetzt defur 20 minuten haben wir noch auf der uhr mal sehen was ich noch tut und die situation geklärt die fahrer nein sie verstehen sie können sich befreien tolle aktion und durch ja genau so ja du das ist fußball das ist fußball komm press press ja genau so schön hereingegeben klasse verwertet das ist hier die erfolgsformel ausspielen gut aufgepasst vom verteidiger jetzt müsste mal eine zündende idee kommen er hat zeit jetzt eine gute flanke er spielt den pass auf den flügel messi jetzt vielleicht er trifft den posten geklärt hier aber keine schlechte gelegenheit wir sehen es den minen der spieler an dieser alu treffer gerade der sitzt tief vor allem stehen zwei leute um dich herum die ecke kommt ja super wolle aber kein so das war technisch herausragend gemacht das stimmt eigentlich alles es fehlen nur die entscheidenden zentimeter vier minuten sind noch zu absolvieren hier und das ist natürlich jetzt der ball wohl lust das ist einfach nicht den ball spielt er raus fängt diesen ball ab jetzt ausspielen oh nackui sie kenne mir aus schuss in zwei minuten nachspielzeit sind angezeigt in zwei minuten nachdem in zwei minuten nachdem er macht das spiel schnell oh 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 ich knifze und und gel